In vielen wachsenden mittelständischen Unternehmen arbeiten Marketing, Vertrieb und Kundenservice noch immer mit komplizierten Uraltsystemen, Insellösungen und einer Menge Papier. Wichtige Informationen werden umständlich in Akten abgeheftet oder schlummern auf den Computern der Kollegen. Anfragen werden daher nicht nur viel zu spät, sondern manchmal auch gar nicht beantwortet. So kann das nicht weitergehen. Und deswegen will die TipTop GmbH endlich was tun. Im Rahmen einer umfassenden Modernisierungsoffensive soll Mitarbeiterin Frau Fröhlich nach einer geeigneten CRM-Softwarelösung suchen. Doch wie soll sie den richtigen CRM-Anbieter für ihr Unternehmen finden? Die Pisa Sales GmbH ist seit über 28 Jahren Spezialist für die sinnvolle Digitalisierung von Unternehmensprozessen und bietet eine CRM-Softwarelösung, die nicht nur mega stark, sondern auch total flexibel ist. Das Pisa Sales CRM lässt sich schnell einsetzen und individuell anpassen. Die schicken Benutzeroberflächen sind einfach zu bedienen und das nicht nur im Büro, sondern auch von unterwegs aus auf Smartphones und Tablets. Dank der Entscheidung für das Pisa Sales CRM werden bei der TipTop GmbH nun alle Kundendaten einheitlich in einem zentralen System gespeichert. Auch sämtliche Beziehungen und Vorgänge mit Interessenten, Lieferanten, Händlern und Partnern lassen sich nun transparent abbilden und prima auswerten. Gemeinsam mit den Spezialisten von Pisa Sales wurden Arbeitsabläufe digitalisiert und vereinfacht. Das freut nicht nur die Kollegen von Frau Fröhlich, das spüren auch ihre Kunden. Werden auch sie begeisterte Anwender des Pisa Sales CRM. Werden auch sie begeistert Anwender des Pisa Sales CRM.